In Lotto-König steckt hin, Lotto-King-Kahn! Das ist mit dem Kuh, also deine Grüße eingestellt, Lotto. Nicht zu vergessen, immer dabei, bei Ihnen Frank MCM, Frank R. Wer kommt schon aus Barmbeck, oder was? Um alle Fragen gleichkürtig geantwortet worden, ja, wir kommen tatsächlich aus Barmbeck. Ich bin erstaunlich, dass ich rumgesprochen habe, und zu dem T-Shirt, warte mal, Lukas, sind wir direkt verbunden hier, und zu dem T-Shirt würde ich sagen, es wird uns immer Frauenfeindlichkeit nachgedacht, das stimmt aber gar nicht, weil wir sind eine sehr gruppiefreudige Band, und kann man das hier sehen, ich habe ein T-Shirt an von TM3 Fernsehen für Frauen, und ich dachte, ja, ich bin der neue Freund von Blümchen, und, äh, und ich hab mit der Bella Schluss gemacht, und, äh, M.P. Frank M. und ich haben, sind alle so auf Gnom-Höhe eingestellt, ne? Genau, guck mal, Geschenke von der Brüde, so machen wir uns nicht blieb bei den Fans, äh, M.P. Frank. Ich will das gar nicht wegwerfen, das ist schön, hallo, ja, was schade, die andere nicht. Guck mal, wir schicken eurem Herzkummer gut an, wir grüßen auch die Handballer von BuzzFeed, und, äh, okay, wollen wir mal anfangen mit dem ersten Titel? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.